Ich finde eine Antenne lustig. Falls ihr euch über den Geruch wundert, so hilft menschliche Angst. Der Geruch fehlt mir. So. Was mach ich da? Das bringt uns nicht wirklich was. Geh ich halt mal da rauf. Das ist immer gut. Ah! Ich muss da ein paar Tage machen. Arsch, Mann. Hab dich erwischt, Idiot. Hab ihn. Ah, okay, okay. Schieß ihn ab, los. Ich komme. Ich bin nicht putzig. Der Arme. Ja, ja. Er wollte sich ihn umbringen. Und davon gibts noch mehr. Ich fühl mich hier sehr sicher Ich bin bei dem Knopf Drück mal den Knopf Ich bin bei der Kugel Was zur Fälle Da musst du ein paar tollen Wehen machen Toll Okay, ich hab nur Würfel Du hast den Knopf gedrückt, gell? Ja Hättest du nicht tun sollen Ja, weil du es total wegmacht Ja, weil du, weil du, weil du Ah, egal Ja, weil du, weil du Du musst am Blausportal drauf machen Ich weiß Ich brauche hier nur den Würfel So, drück nicht den Knopf So Und jetzt? Ich bin drüben Beim Ausgang Ach so Okay, da komm ich jetzt auch Au Ich weiß noch nicht wie, aber So wird schon Du, 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 du Okay, ich bin da Du musst nur loslaufen, oder? Ja Die knallen uns alle ab Die knallen uns ab Ja, wir müssen schnell laufen No Ne Nah, wir waren schon drüben Mach dein Hirn jetzt Parall da drüben Ich will nicht sterben. Schau! Schau! Ja, ich merk's. Die Montageeinheit hat übrigens noch andere Montageaufgaben. Okay, ich hab eine Idee, ich weiß es. Schau, ich hab sie ausgeschrieben. Hast du das Portal wegge... Ja. Oh, hätt ich nicht sollen, gell? Mann. Kannst du nicht ganz, ganz, ich kann nicht, ich komm dann immer hin. Ei. Super, jetzt kann ich verrückter. Toll, Blue ist wieder da. Testen wir weiter. Wer da? Was war das jetzt? Ich komm jetzt nicht mehr zu dir rüber. Das ist echt blöd. Hm. Okay. Oh, super. Jetzt halt gar nichts. Warte, ich komm mal zu dir. Ich komm mal zu dir. Okay. 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 Und jetzt mach die Wand irgendwie... Jetzt höre ich nicht dich. Da, damit die eine Ruhe geben. Nein. Ah, mein Café ist jetzt. Ah. Das war daneben. Okay, bist du höher? Danke, dass du meine Idee klar hast. Ja, toll, gell. Bist du klar? Ah. Wie ist meine Idee? Unglaublich. Glückwunsch. Hätte ich diese Tests reparieren können, wärt ihr mit Sicherheit gescheitert. Also nochmals Glückwunsch zur Bewältigung der defekten, primitiven Tests. Yay. Ich muss gleich so toll sein. Wir sind so toll, dass du sogar defekte Tests schaffen. Mhm. Das kann man ja eigentlich auch als Kompliment sehen. Mhm. Mhm. Ja, aber schon schaffen. Mhm. Ja, könnte man. Ich glaube nicht, dass das so gemeint war. Ja, von ihr sicher nicht. Mhm. Ich ist böse. Ihr werdet euch wohl erneut außerhalb der offiziellen Strecken bewähren müssen. Die Menschen haben vergessen, eine Sicherheits-DVD einzulegen. Ich bin sicher, das war ein Versehen. Vielleicht legt ihr sie wieder ein. Eine Sicherheits-DVD. Zur Sicherheit. Zur Sicherheit. So. Da ist ein Laser. Ja, ich hab ihn gesehen. Und da war gerade ein Sicherheits-Würfel. Geh mit mir durch das Portal da oben. Oh, oh, oh. Oh, warte. Das muss jetzt sein. Oui. Ja. Oui. Oui. Okay, gehen wir weiter. Entschuldigung. Das ist unlustig. Das muss jetzt auch sein. Das muss jetzt sein. Das muss jetzt sein. Warte. Da. Und da. Und jetzt. Hey, so hast du mir das weggemacht. Gar nicht. Ah, ich wechsel die Spur. Sie ist wirklich auch die Spur. Das schaut total cool aus. Rückwärtsgang. Wow. Spurwechsel. Woa. 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 Okay. Reicht schon wieder. Jeder war gerade für die Sicherheits-Kugel. Ja. Würfel. Würfel. Diese Geräusche sind echt irritierend. Da ist noch einer. Ja, ich erwische es nicht. Ich erwische es nicht. Jemand hat mich angescipt. Ah, es bleibt da. Schon wieder. Irgendjemand tut mir gerade extrem schnell Nachrichten schicken. So. Ich habe eine Brücke gefunden übrigens. ganz. Hopp, hopp. Hast du es gerade kaputt gemacht? Ja. Dann in den Ball. Ich muss das. Nö. Okay. Rette ihn mit einem Portal. Ja, warte, das eine Portal da und das andere da oben. Kannst du ihn dann fangen? Nein. Aber ich könnte es da ja machen. Jetzt musst du ihn fangen. Was? Wo ist er? Da, komm jetzt. Ja, du hast gerade die Brücke weggemacht. Ja, da, komm jetzt. Nein, da kommt er nicht. Weil die Brücke weg ist. Ja. Kann man nicht da einschüllen? Ich werde auch gerade angespänt. Ja, irgendwas fängt, soll ja. Warte, 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 warte. Da ist auch eine Portalfläche, aber da kannst du nicht hinschießen. Aber ich kann da herschießen. Aber das bringt nichts. Ist da auch irgendwo einer? No. Lass mich vorbei. So. Was ist schwierig, aber? Oh, warte, ich geh mal da rüber. Mach noch einmal die Brücke daher. Wenn ich das Portal anders herum reinschieße, müsste es eigentlich gehen. Ah, ja, 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 warte. Du machst die Brücke zuerst da. Und da machst du sie da, so wie sie jetzt ist. Du musst die Brücke wechseln. Ja, jetzt ergibt das Sinn. Und jetzt macht es auf der anderen Seite. Genau. Schau, er kommt zu dir. Komm. So, ich brauche das Würfel. Sicherheitswürfel. Nächster Test. Das ist kein Test. Du musst die gute Tests, du musst die auch, ah, okay. Du musst den Hebel umlegen. Hebel. Was soll ich damit? Da, ich will auf den Stuhl noch viel, warte. Du sollst den Hebel umlegen. Oh, warte, ich kann den Stuhl. Warte, ich will balancieren. Das geht mir nicht. Na, na gut. Komm, komm, mach weiter. Ja, mach. Ich geh recht. Exit. Da wollen wir unbedingt hin. Wo ist Exit? Da vorne. Wo ist Exit? Hm, ah. Du, 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 du. Nein. Wer ist hier, Mock? Das ist, das ist, ähm, ja. Missed Smooth. Ähm. Ne, mach mal das. Ich weiß nicht. Hat irgendwas mit rum? Schau mal, auf dieser Plattform steht eine 2. Ja. Und auf dieser Plattform, da drüben steht eine 1. Ja. Das heißt sicher irgendwas. Sicher von Bedeutung. Ja, ich bin jetzt da oben. Okay. Und? Ich hab eine Idee. Ich hab eine Idee. Warte, komm mal. Komm mal runter oder du stirbst. Warte, warte, warte. Mach nichts, mach nichts. Ja, ja, ja. Ich hab Idee. Ich hab Idee. Ich hab Idee. Ich hab Idee. Komm mal auf die Brücke rauf. Ich hab Idee. Komm da rauf. Ich hab Idee groß. Schau mal, du bleibst hier stehen. Bei dem Portal bleibst du hier stehen. Und ich bleib hier stehen. Ähm. Ah, ich hab ne Idee. Nein, 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 ich hab ne Idee. Ja, ich muss einfach nur reinhüpfen. Ja, und zwar jetzt. Mach mal weg. Mach mal weg. Wui. Wui. Genau. Fuchtle doch nicht so herrenlos herum. Oh, wie lieb. Oh, machen wir Knudeln, Knudeln. Na, warum geht das nicht? Wo ist die Disk? Ich hab die Disk. Disk, disk, disk. Disk, 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 disk. Insert Disk. Du größer, du Disk-Popser. fortlaufend wiederholt. Wenn ihr einmal eine Zahl anstelle von La hört, ignoriert es. Dies ist ganz und gar unwichtig. Der heutige Sicherheitspunkt lautet Weber auf die die Siehe und dann weiß ich muss sich was es gemerkt ich nicht okay jetzt vielleicht was noch ich schaue los dem wochen ist sicher und das mögliche Reptchen und ein und was sich zu machen es hat nur der heutige Sicherheitsgut Wahrscheinlich kann man damit jetzt die Sicherheitswürfel irgendwie öffnen oder so. Ja, sicher. Deshalb heißen sie auch Sicherheitswürfel. Vielleicht, weil sie rund sind. Sicherheitswürfel sind bei runde Würfel, damit man sich an den Kanten nicht mehr tagen kann. Das habe ich gesagt. Da sie alle Testschritten nachgeschossen haben, wurde ihnen die Sicherheitsstufe C zugewiesen. Sie haben jetzt Zutritt zu allen Teststrecken sowie zu drei unserer 176 Pausenräume. Das kennen wir schon. So, wir waren jetzt bei Nummer drei, gell? Dann kommen wir jetzt zu Nummer vier. Ja. Da unten. Transportschächte. Nein, nicht mehr Ernst. Ja. Gut. 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 Supergut. Untergut. Da ich nicht gedacht hätte, dass ihr so weit kommt, schaffe ich diese neue Strecke nur für euch. Oh, das ist schön. Mir ist aufgefallen, dass ihr euch sehr nahe gekommen seid. Ich glaube, das gefällt mir nicht. Ich gehe rum. Okay. Okay. Ich habe jetzt gar nicht sabotiert. Was redet ihr jetzt hier? Suche ich da? Das wird schon. Orange, mach dich nicht lustig über Blue. Du, tue ich gar nicht. Nur weil ich dick bin. Ah! Ah! Es wird schon. Es wird ja. Oh, das war knapp. Einer muss oben bleiben beim Knopf. Das magst du. Nein, das ist nicht. Ich muss. Weil ich... Ah, der Fette muss auf den Knopf. Nein, ich bin zuerst beim Knopf. Das heißt... So. Und du gehst hinunter und ich bleib da. Jetzt kommst du runter. Sehr gut, ja. Ich passe nicht durch die Tür so. Ich bewege mich gar nicht mehr. Ich habe mich ein bisschen informiert und herausgefunden, dass Orange und Verräter auf dieselbe der kardische Hütte zurückgehen. Ja, Manns. Fass. 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 Oh, ich weiß nicht, dass ich so lange bin. Winkle, winkle. Ich glaube, klar, dass sie das gern, wenn Menschen sterben. Ja. Es wäre sinnlos, Blues Gefühle zu verletzen. Doch wer sich den Test genauer ansieht, merkt sofort, wer hier der eigentliche Held ist. Oh, oh. Du hattest recht, Orange. Blue war blöd genug, in deine Falle zu tappen. Hey, warst du eine Falle? Ich habe gar nichts gemacht. So. Ja, okay. Ich gehe jetzt mal da rauf. Ich auch. Was hat sich das gebracht? Gar nichts. Was nicht? Jetzt mache ich ein Portal. Zu spät. Okay, warte, warte, warte. Ich mache da eins und da eins und du springst einfach. Und kommst dadurch da hinein. Ey, warte, warte, ich habe eine bessere Idee. Und zwar? Ich stelle dich auf den Knopf. Ich stelle dich auf den Knopf. Was macht der Knopf? Coole Dinge, stelle ich einfach auf den Knopf. Okay. Komm schon, lass mich raufkommen. Bitte, bitte, bitte. Ich habe dich auf den Knopf. Du kannst da einfach durch. Was tust du? Was ist da einfach durch? Ach. Da geht's nicht. Da, wo der Strahl jetzt durchgeht. Doch, du kannst durch. Ich nicht. Und du kannst doch nicht. So.